Servus, wir fangen jetzt an, indem ich jetzt ein Schläfchen mache. Ja, viel Spaß beim Pen, echt. Yeah, ich hab Angst, da oben ist ein Monster. Da oben ist ein Monster. Warte, ich komm hoch. Hilf mir, hilf mir, hilf mir! Da, Monster, ich steh in der Drücke fest. Geht auch, ey. Servus, wir machen Let's Play zu dritt, anstatt noch zu zweit. Jetzt haben wir keinen Bock mehr, wenn wir uns zu zweit. Wir waren zu alleine. Jetzt macht's keinen Spaß mehr, okay. Wir haben hier auch gleich aufgerüstet. Mit drei Betten. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wo der Enchantment Table ist. Und der ist jetzt ganz da unten. Unten in der Woche und in der Kleine. Und ich jetzt fände mal hier erstmal, würde ich sagen, weil es gerade Nacht ist. Das ist alles bestärkend, mal wieder. Ja, 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 okay. Also jetzt kommt Penn. You, okay. Okay, ich bin richtig weg, ey. Okay, ich bin jetzt auch Penn. Kleiner Küken überlegt, blick. Okay, also, und okay, wir haben uns jetzt überlegt, dass wir irgendwas machen. Ja, man sich nicht so überlegt, bleibt. Doch, ich brauche da hinten, daher, also. Mach jetzt mal Safari-Tour einfach so. So, wer kommt mit? Ja, mach einfach mal. Wir machen einfach mal alle mit. Ich habe eine Spinnex sehen, die kenne ich jetzt. Ich bin richtig Erfahrungspunkt, nur Level up. Ich bin Level up. Ich bin Level 1. Creeper! Creeper! What the? Der war hinter dir. Bist ihr alles kaputt machen? Somebody add auf dem Bau, die dann... Ich bin, 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 ich bin. Was war da? Was war da? Einstimmig, habe ich mir noch gar nicht vorgestellt. Ja. Ich bin der Julian. Ja, also. Ihr kennt ihn eigentlich nicht, ich kenne ihn aus meiner Klasse. Ja, aus meiner Händler. So, behinderten, kädophilisch. Obdachlosenklasse. Ja. Und ich brauche Erde. Du brauch Erde. Du brauch Erde. Jetzt brauche ich mich für Erde. Ich brauche ein Leben. Was ist das? Sind jetzt zwei Creeper explodiert oder was? Nur einer. Na, nein, doch zwei da hinten. Boah, ich habe gerade Legs. Ich habe eine Idee. No. Scheiße, wie überhaupt. Scheiß auf Grafik, ey. Hauptsache, überhaupt keine Legs. Total. Habt auch Spaß. So, was bauen wir eigentlich? Keine Ahnung, wir bauen jetzt das Haus langweilig. Ich glaube, ich gehe die ganze Zeit hin und her. Ey, wo seid ihr? Ich mache es da, aber im Holzhütte. Wir wollten doch eine Stadt im Himmel bauen, oder, Janos? Ja, das haben wir uns überlegt in Klasse. Äh, in der Klasse, also in Zule, in School. Ach, das heißt jetzt Kinder. Ja, okay. Ach, ja, hier, das kenne ich ja noch. Gut, also dann hätte ich gesagt, legen wir mal los, oder? Ja. Dass ich jetzt hier draußen das mache, was ich vor der Aufnahme gesagt habe. Was hast du gesagt? Eine Bank. Eine Parkbank. Manu, runter hier. Zeigen. Du musst jetzt erst hier mit das Ding scharfer Beschlägern. Scheiße. Ich renne schon heim. Du siehst scheiße. Kann ich dich eins schlagen? Warte mal, kann man dich schlagen? Ey, cool. Wenn du gejagt wirst, dann musst du dich einfach nur da reinhocken, dann kann man dich nicht schlagen. Ach, na, wo ist Leute? Yeah, wir hocken. Komm, seh nur ich das, oder lachen gerade deine Füße da unten und deine Schultern da oben. Hock dich rein. Ja, toll, oder Plage hin, geh? Ja, okay, für mich sieht es jetzt ganz normal aus, als würde ich schön drinnen sitzen. Aber für die anderen, äh, hängst du mit dem Kopf in der Wand? Hängst du mit dem Kopf in der Wand? Hängst du mit dem Kopf, mit dem Kopf in der Wand. Ja, dann würde es halt... Ich gehe zum Holzhäuser, Hütchen. Das würde halt ein Projekt... Oh, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich brauche erst mal Treppen. Brauche ich mal Treppen. Ja, ja, dann mache ich schon. Ich versuche es gerade, weil ich brauche aber noch was bisschen Holz. Ich komme, wir bauen uns in ein Strandhaus oder sowas. Ich mache gerade Treppen. Strandhaus, das wäre doch bestimmt cool, ne? Ich mache gerade Treppen aus 64er Steaks. Ja, für was? Also, wollen wir das jetzt wirklich machen? Wo wollen wir die eigentlich hinbauen? Ihr wisst schon, dann haben wir so eine Art Monstersponenteil. Weil oben drunter ist bohne dann Monster. Nein, die ist ja voll weit hoch in der, oben in der Luft. Ja, recht, aber oben drunter ist dunkel. Nein, ist es eben nicht. Doch, egal wie hoch weit oben es ist. Dann machen wir Clean Stone hin und fertig. Das ist Clean Stone. Ja, Clean. Clean Stone, was denn das? Cleanies! Cleanies, zeig mir mal eins. Geh unter die Erde. Komm mal mit, ich zeig dir. Nein, die ist doch nicht gut. So, das da. Alter, was? Ich bin doch toll. Geh runter, mein Gott. Der kann auch ein Steinbücher. Was? Der stinkt normaler Stein. Ja, das ist Don und kein Cleanie. Ah ja? Und wenn das so aussieht, dann nenne ich den zumindest ins Cleanie. Ja, schön, dass ich auch mal erfahre. Cleanie ist da frischter Clean-Bücher, also komm, jetzt was Bommel. Ja gut, also wenn wir das jetzt nicht mit der Schild vollgebracht haben. Hallo, das ist ja mal die Geheimmüde, aber jetzt kaputt. Das ist einfach nur immer. Ah. So, ich geh jetzt hier wieder aus dem Raum raus, dass das klar ist. Also wir gehen jetzt, hätte ich mal gesagt, nicht nochmal in den Meer. Oder wir bauen uns wirklich ein Strandhaus, oder? Ja, gell, ein Strandhaus. Ja, Strandhaus. Erstmal müssen wir ein Strand haben, ne? Also... Ich wüsste, wo wir was machen. Ja, gell, warte, 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 warte. Wir müssen ja auch einen Weg da reinbauen. Krieg ich mal einen Silber, ich baue ein bisschen, wie heißt das, Scrabble ab. Silber. Für den Weg. Warte, ich hab ne Schaufel. Ich hab ne Schaufel. Ich hab ne Schaufel. Hier, eises Schaufel. Krieg ich mir halt die gute Stone-Schaufel. Suchst du irgendeinen Strand da, okay? Okay. Ja, Manu, ich weiß schon, wo wir machen. Ey, unser Glaskasten ist leer. Ey, hier! Hier ist supergroßer Megastrand. Oh mein Gott, das ist eine Spille! Dann mach sie kaputt. Was? Im Sommer, äh, Sommer, sag ich jetzt schon. Äh, am Tag greifen die dich sowieso nicht an. Gell. Außer unter der Erde. Ey, Manu, hier! Hm? Hier ist ein offenes Meer, also komm. Ach, ey, da mein ich ja. Guck dir das hier an. Guck dir das hier an. Das ist perfekt, oder? Ja, dann machen wir den Strand ein bisschen flacher und dann passt das. Hier nur noch ein bisschen abbuddeln und dann passt das doch. Vielleicht können wir sogar noch so ein bisschen, äh, so einen Durchgang machen. Also, dann sollen wir das da in der Mitte ab, ein bisschen. Wo bist du eigentlich? Ich bin hier drüben und im Abend, ja. Ich glaube, wir gerade das ein bisschen rum. So riesig. Ja, okay, so ein ganz besonderer Strand ist das jetzt auch nicht unbedingt, weil der ist eigentlich relativ. Ja, stell dir das mal vor, wenn wir das, wenn wir, wenn, 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 wir den ausgebaut haben. Also, und dann hier noch ein Weg rüber. Gern, weil hier ist auch schon viel Sand. Wir haben hier das doch. Ich habe, ich habe eine, oh, da muss ein Creeper. Ich vermöbelig jetzt. Okay, ich habe jetzt mal genug Gräbel da abgebaut. Wow, zwei Creeper. Ja, die sollten, oh mein Gott. Die sollten jetzt nicht explodieren. Kein Buggy Creeper. Doch, es war ein Buggy. Und auch noch Skelett. Nee, jetzt wird es mir zu viel. Jetzt komme ich raus. Kommt Skelett, komm mit, dann verbrennt es schon in der Sonne. Haben wir jetzt eigentlich beide Bogen? Oh, wo sollst du jetzt hingelatscht? Ja, also, ich habe zumindest, zumindest Bogen. Wo sollst du jetzt hingelatscht? Ich habe mich ja zu verfreundet. Ich warte, da ist doch der Fluss, gell? Ja. Lauf dem einfach nach. Hinterher. In Richtung, ähm, ähm, welcher ist? Durch die Brücke, unter der Brücke, durch. Ja, genau, Richtung Brücke. Unter der Brücke durch, dann findest du uns. Da machen wir mal den fetten Klotz da weg. Ich stehe auf einem Baum. Wo sind wir eigentlich in Chunk? Effektivität. Hey, wo bist du? Hey, ich bin gerade durch die Brücke hindurch. Unter der Brücke hindurch, sicher. Ja, okay. Nein, definitiv nicht. Komm, hier soll die richtige Rechte halten. Komm, hierhin, komm, hierhin. Komm, hierhin, komm, hierhin, dann fährt er mit dem Boot an, oder was? Nein. Nein, wir müssen hier hinten auch noch einen Bootsparkplatz bauen. Damit? Hey, die zu dir, die weiß nicht, die aufhören. Wir lernen, wir müssen das noch laufen. Ich tue jetzt hier mal kurz. Bisschen, Sand, meinen. Hier machen wir einen Strand raus. Äh, okay. Bauen den halt einfach noch ein bisschen aus und dann haben wir das. So dritt ist es eigentlich schneller als zu zweit. Ach, ich noch. Soll es aber, es soll auch nicht so ein mega riesen Strand sein. Ich stelle alleine drauf zu kommen, oder was? Ja. Gut. Alle. Und schon mal. Deswegen habe ich auch einen Doktortitel. Was? Doktor von Blünhausen, oder was? Ja, natürlich, Standard. Verhungergleich. Ich habe hier gerade... Mann, wie viel Kohle ist in hier. Genug. Bist du gerade in der Höhle da, oder was? Was ist denn das? Nein, ich habe auch schon weiße Bolle. Direkt nebendran hier ist eine kleine Höhle. Naja, das ist unsere Attraktion. Das ist unsere Attraktion. Das ist unsere Attraktion. Das ist unsere Attraktion. Ja, mit Creeper. Ja, okay, direkt am Eingang ist schon einer hochgegangen. Was ist denn das für eine Höhle? So eine Mini-Höhle, oder? Oder was? Oh, ich esse ein Stay jetzt. Ich bin hier gerade auf Minenerkundung, okay? Oh. Oh, egal, das ist ja Eisen. Öffi. Wo? Da, bei mir unter Wasser. Was? Oh, ich bin das Gelächter. Ich habe keinen Bock auf alles. Äh, Frage, was machst du in der Höhle? Du bist in der Höhle und wir machen hier draußen die Drecksangehör. So, Öl ist schlimmer. Das ist ganz sprüche Monster. Und die Spinne. Ja, wir machen hier wieder die Drecksarbeit. Gell, wir schaufeln den Dreck. Stamm. Ja, Dreck, meine ich doch schon. Wohin ist hier? Gut, weil der kann schon mal gleich alles ausfüllen. Äh, nein. Julian, nicht nur. Wo? Hier drüben auch noch. Ja, okay. Wir bauen da noch in der Mitte eine Verbindung. Ja. Hätte ich gesagt, zumindest. Wie, der ganze Koppelreis weg mit dem Scheiß. Hä? Ja, so gut. Ja. Okay, es ist, äh, es ist auch nicht so übermäßig groß, finde ich. Ich bin so dunkel, oder? Ja, es wird dunkel. Wird es dunkel? Na, mir ist es schon dunkel. In der Höhle. Bei mir wird es dunkel. Ja, ne, es wird jetzt wirklich dunkel. Ja, wir sollten dann pennen gehen, mal kurz. Ja, ich kann nicht pennen gehen, ich bin hier mitten in der Höhle, okay? Ist hier gerade voll aufwenkend. Dann kommst du einfach raus. Nee. Jetzt nicht. Ich habe aber nur zwei Wohne dabei. Ja, genau, hat perfekt gelangt. Äh, Julian, so weit wollen wir den jetzt auch wieder nicht machen. Ich weiß, aber das soll halt so ein bisschen schön aussehen. Äh, Julian, wir gehen mal lieber heim, oder? Wegen, ich will nicht abkratzen. Ah, ich habe mir gerade voll die Legs. Ist das? Ich nicht. Oh Mann, okay, gehen wir heim. Ich brauche gerade hier noch nichts mehr. Gerade voll scheiße. Leck ist so derbe. Wenn es Nacht wird, oder was? Ja, vielleicht. Jetzt ist es besser. Nein, oh nicht. Geht man jetzt pennen, oder was? Ja, es ist ja total nacht, alter. Also, okay, also, Julian, geh du schon mal pennen da, ich gehe in der Holzhütte. Ich will nicht in der Holzhütte. Okay, Manuel kriegt es alleine ins Bett. Manuel wird zum Outsider. Also, das ist ein Autsider, man. Ey, Julian, komm, chill, wir noch ein bisschen auf der Bank. Dann jetzt schüttel ich auf der Bank, geh ins Bett. Nein, 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 komm, geh ins Bett. Leid, äh, wir steigen ins Bett? Ja, na, endlich. Na, endlich. Jetzt ja noch still ins Bett, man. Ja, 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 chill, man. So, was für ein wunderschöner Tag. Ja, ich stehe auf dem Bett. Na toll, wie soll ich jetzt hier runterkommen, ey? Mal ehrlich. Ja, wohl, wenn du was geht. Jo, was ist denn das? Was sehe ich denn da schon wieder? Ein komisches Tintenviech, wo ich jetzt... Wo ich das Bett kaputt machen, okay? Tut mir leid. Ha, ja. Aber muss dann halt auch wieder hinziehen. Ja, das ist jetzt, ey. Und sonst geht da gar nix, Mann. Oh, Mann, Leute, Leute. Was? Warum ist das scheiß Ding? So, jetzt komm ich jetzt direkt weg. So, ist auch gut. Ähm, Julian, hast du überhaupt Sand? Ja, klar, ich hab den ganzen Weg da abgebot, du Fisch. Ja, du Fisch. Ja, und, aber ich mach auch. Ich baue hier gerade auch Sand ab, dass man hier besser rumläufen kann. Ja, kauf jetzt. Jetzt muss ich was essen, ich verhober gleich. Ja, stirb. Eiskalt. Erdbeeren. So. Gut, ich mach ja auch grad noch bisschen Erde. Blumen wachsen nicht, gell? Schön. Blumen wachsen nicht, was soll daran wachsen? War mehr an, so wie Pilze früher mal. Achso, machen sie das auch nochmal. Ja, okay, die machen es schon, aber so war es mal langsam. So, das sieht dynamisch aus, lass das so. Ähm, ja, aber da unten doch nicht, oder? Ja, ich muss mich nicht gerne hier hin. Nee, nee, das müssen wir irgendwie... Das ist auch schon ein Weg. So, pass. Also, wenn wir noch... Warte mal, ich hab ne Idee, was wir jetzt machen. Bauen wir jetzt noch... Warte. Ja, genau, wir bauen jetzt den Weg da oben. Ey, warte, ich komm noch schnell zu euch. Wir legen erstmal die Grundmauern. Wir müssen... Warte, mach den unteren Weg aus Dreck. Ey, mach... Oh, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Sand fällt ja runter, das ist dann mies. Das wäre pure Sandverschwendung, einfach nur. Ja, ist klar. Let's atmen. Schön. Hey, ihr macht jetzt nicht wirklich den Weg zu, oder? Äh, nicht. Doch. waterschroll. Okay. at